So, bin wieder zurück. Ich habe die Save Games vielleicht dann irgendwie bei Ravage oder so mal hochladen, wenn sie jemand will, keine Ahnung. Boah, wer fertig. Danach werde ich noch zwei Stunden auf Raketenabschuss warten müssen. Ich sehe sie jetzt schon kommen. Ich habe es so gewusst. Ich habe es einfach nur so gewusst. Gruppe 3, meldet. Das war mir einfach nur... Was? Nein, das greift auch noch da an. Geil. Eins fährt mir sofort runter zu den Silos. Und in der Fabrik werden noch mehr Baufahrzeuge gebaut. Das geht mir so auf den Sack. Gott, was ich alles wieder aufbauen muss. Ich kann so kotzen jetzt schon wieder. Na, komm. Pff. Pff, pff. Wo bleiben denn mal Einheiten? Boah, die mobben sich wieder alle. Produktion abgeschlossen. Ja, hör auf zu blinken. W-w-w-was? Ja, richtig. Einiges Programm, ein anderes ist Parasit isoliert. Wahrscheinlich. 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 Ich dachte, ich kann jetzt nicht... Ich bin jetzt immun gegen den. Nein. Falsch gedacht, Arschloch. Na gut, gegen die Einheitenmenge hat er keine Chance mehr. Wenn es nur jetzt so selten dämlich wäre. Das ist der Schwerpunkt hier. Das ist die... Produktion abgeschlossen. Hä? Was für Produktion denn? Achso. Die da. Die, wo gleich wieder anfängt zu blocken hier. Verdammte Blocker, ey. Warum mal dieser Noob-Server keinen Noob-Blocker leer. Voll der Noob-Server. Server ist voll scheiße. Und ich spiele jetzt drei Stunden lang auf dem Server, um mitzuteilen, wie scheiße das Server doch ist. Und die Einheit bekommt es nicht gebacken, da raufzufahren, ne? Also. Brauchen wir unten noch was bauen, nein. Noch reparieren. Beteiligungseinrichtungen bauen. Äh, hier zwei. Da zwei. Und ihr zwei. Ich bekomme immer mehr das Gefühl, durch Laser-Satelliten angegriffen zu werden. Oh, hier kommt nun mal eine Angst vor Laser-Satelliten. Wie komme ich darauf, dass es hier Laser-Satelliten gibt? Was sind Laser-Satelliten noch nie gehört? Greifen Sie mich denn überhaupt an? Ja, die zeigen oben immer noch alles. Das gibt's einfach nicht. Und warum ist die Basis überhaupt weg? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Wie finde es die weg ist? Die Beide wird angegriffen. Hä? Welches? Wer weiß, meldet. Welches? Ach, du verdammtes Arschloch. Hä? Was? Konstruktion abgeschlossen. Das ist doch Schwachsinn, was ihr mir da erzählen wollt. Warum wollt ihr mir schon wieder Schwachsinn erzählen? Keine Ahnung, weil sie mich verarschen wollen. Konstruktion abgeschlossen. Hä? Achso. Die Konstruktion ist gemeint. So. So. Na kommt. Na kommt. Greift die Silos an, wenn ihr seid tot, ihr Wichsköp. So, ihr baut da mal Öl. Fangt mal an, hier aufzubauen und so. Das muss ja auch irgendwann gemacht werden. Ach Gott, wird das wieder eine endlose Aufbau-Mission danach. Da unten werde ich auch noch eine Basis bauen. Oh Gott, ich habe keine Flachrack-Kack. Mir fehlt Flachrack halt echt. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass sie mich möglicherweise per Luft angreifen. Konstruktion abgeschlossen. Wie kann ich das vergessen, dass die mit Lufteinheiten angreifen können? Angriff durch Lasersatelliten. Und mit Lasersatelliten. Das werde ich definitiv nicht vergessen. Konstruktion abgeschlossen. Angriff durch Lasersatelliten. Oh, ich habe Scotch-Lenkraketen gebaut. Wups. Konstruktion abgeschlossen. Angriff durch Lasersatelliten. Gebäude wird angegriffen. Ja, Lasersatelliten. Ich weiß. Habe ich schon mal irgendwo gehört, doch. Konstruktion abgeschlossen. Irgendwo. Hm, naja, wird auch nichts machen. Macht da noch nichts. Oh Gott, die Basis machen es auch noch platt. Angriff durch Lasersatelliten. Konstruktion abgeschlossen. Nein, die Artillerie hält die Stellung. Oh Gott, mein Kraftwerk. Konstruktion abgeschlossen. Oh Gott, die Allerie hält gar nichts. Oh, doch, da steht doch die Messe. Ah. Da habe ich ja nochmal Glück gehabt, dass die da stehen. Gebäude wird angegriffen. Oh Gott. Soll ich mal Einheiten vom Silo abziehen? Ist das eine gute Idee? Ich glaube nicht, ne? Eher nett, ne? Konstruktion abgeschlossen. Ich fahrt mal ganz schnell da rüber. Konstruktion abgeschlossen. Oh Gott, die Allerie macht sau viel Damage, als schießt das da langsam. Angriff durch Lasersatelliten. Du kannst deine Lasersatelliten mal so in deinen Arsch schieben. Konstruktion abgeschlossen. Oh Gott. Energieressource. Oh Gott. Ich hasse sowas. Oh, du gehst mit deinen scheiß Lasersatelliten echt auf den Sack, wirst du das? So, wenn ich die jetzt da unten abziehe, machen die mal Dinger Hackfleisch. Machen die mal Dinger Hackfleisch. Was für ein geiles Deutsch. Oh, ich habe so viel Artillerie. Schießt halt mal. Konstruktion abgeschlossen. Oh Gott. Einheit verloren? Was für Einheiten habe ich denn verloren? Was? Warum habe ich da Einheiten verloren? Was soll der Scheiß? Besser, wir bauen noch ganz viele davon. Oh Gott, da stehen noch... Er greift mal ein LKWs an? Schießt die Adlerie mal drauf. Oh, tschüss. Ich werde gleich irgendjemanden hauen, wenn ich nochmal Lasersatelliten höre. Produktion abgeschlossen. Oh Gott, wer fertig. Ich will diese Scheiß-Nessionen, die hinter mir haben. Ach, schicken wir es wegen die Bamba dann. Schießt die da drauf und nicht auf meine guten Einheiten. Oh Gott, da unten steht fast überhaupt nix mehr. Er geht mir mit seinen Lasersatelliten dermaßen auf den Sack. Anschließend da noch. Da noch. Da noch. Okay, mit der Energie werde ich danach die Basis locker wieder aufbauen können. Also gleich nachdem ich die Kraft da gebaut habe, weil ich meine 20 Basen, die ich mal hatte, die jetzt alle irgendwie schrott sind, wieder aufbauen. Vielleicht kommt ihr da rüber. Er ist glaubt. Kommt der Feinde, kann der Feinde da angreifen? Keine Ahnung. Dass er die Silos nicht angreift, wundert mich eh. Oh Gott, jetzt habe ich mich geschwert, ne. Jetzt greift er mich gleich an. Ach, geil. Konstruktion abgeschlossen. Ich weiß noch, was mehr nervt. Die Angriffe durch die Lasersatelliten oder der Text, der mir dauernd erklärt wird, der sich von Lasersatelliten angegriffen wäre? Einer schafft es vielleicht sogar wieder? Konstruktion abgeschlossen. Nein, du brauchst gleich noch mehr, ist doch klar. Angriff durch die Lasersatelliten. Der greift echt nur... Geil. Na, wenn dem so ist, alles weiter. Nur nicht aufhören zu bauen. Mein Kraftwerk steht noch? Es steht noch. Ja, es steht noch. Steht denn das alte Holzkraftwerk noch? Holzkraftwerk noch? Holzkraftwerk noch? Was laufe ich da schon wieder für eine Scheiße? Gott, da muss ich überall noch Türme rumbauen, ne? Konstruktion abgeschlossen. Oh Gott, das wird mir Energie kosten. Angriff durch Lasersatelliten. Wieso sagt mir denn das keiner, dass die KI so dämlich ist? Hey, vielleicht schaffe ich es irgendwann mal einen rüberzubringen. Ja gut, ich verfeuere jetzt zwar sauviel Energie, aber wenn ich die Lage wieder unter Kontrolle habe und vor allem das da oben wieder bekomme. Wie, ich bekomme das da oben jetzt wieder. Ich hau euch. Ich schiebe euch die Scheiß-Lasersatelliten echt ins... Irgendwohin. Herrlich, wie halt immer wieder die Scheiß-LKWs zerbombt. Vielleicht soll ich nur billige LKWs bauen, die noch weniger aushalten, aber... Ja, ich kann gerade gar nichts bauen, weil ich erst so eine Kommandozentrale bauen muss. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Gebäude wurde... Oh Gott, da oben ist keine Luftabwehr mehr. Produktion abgeschlossen. Und ich kann auch keine neue bauen. Wie scheiße ist das denn jetzt? Da ist noch Luftabwehr, ja. Da ist noch Luftabwehr, gut. Oh Gott, wenn ich mal Kraftwerkzeuge habe, kriege ich kacke Energie mehr. Angriff durch Laser-Ratelliten. Konstruktion abgeschlossen. Hey, hey. Der erste Einhalt hat es fast schon rüber geschafft. Produktion abgeschlossen. Du darfst mir nur die Ressourcen nicht ausgehen. Nein, die schaffen es nie rüber. Nie und nimmer schaffen die das rüber. Oder? Oh, wer weiß. Wir bauen noch weiter. Wir haben gar nicht aufzubauen. Ich will die Einheiten, warum auch immer. Produktion abgeschlossen. Gebäude wird angegriffen. Och nein. Das ist wahrscheinlich mein Kraftwerk, ne? Oh, heiß doch die Wand an. Ach egal, die Verteiligung schafft es schon. Ich hoffe. Ich kling mal wieder erst jetzt. Produktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Angriff durch Laser-Ratelliten. Oh Gott. Nummer drei, meldet. Hört mal auf da. Baut mal irgendwo hin. Zwei, drei Kraftwerke. Gott. Ich hoffe, ich kriege da echt die Basis da oben. Fahrt mal da weg. Produktion abgeschlossen. Könnte im Moment dauern, 6. Gebäude wird angegriffen. Wow. Warum schießen die nicht zurück? Ah, jetzt. Gut. Greif dir mein Laser-Satellit... Mein Laser-Satellit, genau. Was hast du denn sonst so für Wahnvorstellungen? Ist das alles? Produktion abgeschlossen. Und das greifst du nicht an? Ist ja geil. Konstruktion abgeschlossen. Anschließend baut er gleich noch ein Kraftwerk. Angriff durch Laser-Ratelliten. Boah, dass man die nicht direkt daneben bauen kann, kotzt mich leicht an. Ah, da oben kann ich eins nebenbauen. Ausgezeichnet. Produktion abgeschlossen. 1, meldet. Konstruktion abgeschlossen. Boah, es geht langsam echt auf den Sack. Boah, ich hab fast alle meine Basen verloren. Ja, ja. Und die da oben sind alle so von Schrott, das weiß ich jetzt schon. Das kann gar nicht anders sein. Angriff durch Laser-Ratelliten. Produktion abgeschlossen. Ich weiß so langsam, wovon ich angegriffen werde. Hä? Moment. Wie, was? Wie hast du es geschafft, so weit zu kommen? Cheater? Geil. Ich denke mir schon, äh, wie kommt der so weit? Kurz vorm Ziel noch mal ordentlich in die Fresse geschossen. In die Fresse, genau. Egal, die Mission habe ich gleich gewonnen. Hoffe ich mal. Wie lange kann die Forschung nicht mehr dauern? Oh Gott. Noch mehr von denen. Komm, ihr macht mal was Vernünftiges. About Tankkiller. Haha, das wird doch nie und nicht mehr fertig. Vielleicht kommt der Laser-Satellit von oben runter, hä? Ich sehe es schon kommen. Was? Produktion abgeschlossen. Nicht dein Ernst. Moment. Das wird wirklich noch fertig, das Ding. Hau ab. Produktion abgeschlossen.